Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Wir sind heute in Oberwiesenacker und die Frau Hochmuth hat sich bei mir gemeldet. An wen geht denn der Blumenstrauß? An meine Tochter. Und warum hat sie den verdient? Die hat uns aus Bootwerk geholt, weil wir dort wirklich sehr schlecht gewohnt haben. Und sie hat uns hier die Möglichkeit gegeben, dass wir hier da bleiben können während der Corona-Zeit. Und auch ihr Lebensgefährte, der war einverstanden, obwohl er uns kaum bekannt hat. Und sie hat für uns jetzt alles getan, was überhaupt möglich ist und sogar jetzt eine neue Wohnung besorgt. Sie liebevoll eingerichtet und man kann ihr gar nicht genug danken. Oje, da wird gleich jemand ganz emotional. Dann würde ich sagen, wir legen gleich los und verlieren keine Zeit. Okay, danke. Hallo. Hallo. Sie haben uns schon gesehen. Wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Es ist für unsere Tochter, weil sie so viel für uns getan hat und gemacht hat und jetzt auch noch eine Wohnung eingerichtet hat mit so viel Liebe. Und wir können ja gar nicht genug danken. Dankeschön. Aber ich mag es gern. Das sind meine Eltern. Das wissen wir. Aber es ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Ihr seid verrückt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir haben lange Zeit keinen Kontakt gehabt. Und ja, wie das Leben halt so spielt, wenn die Eltern älter werden, man will denen halt doch helfen. Und die Gesundheit hat nicht mehr so mitgespielt und ich wollte es halt bei mir haben. Meine Kinder, meine Eltern und mein Enkelkind vor allen Dingen auch. Ja. Und ich will einfach bloß, dass es ihnen gut geht, was lange Jahre nicht der Fall war. Und das habe ich gern gemacht. Und auch der zukünftige Schwiegersohn, der uns sogar ein Auto zur Verfügung gestellt hat, der mal fahren können, überall hin und der auch alles für uns tut. Und wir sind so glücklich. Und wir sind so glücklich. Und wir sind so glücklich. Vielen Dank.